Begrüßen wir gemeinsam den Schriftsteller und Forscher der slavisch-arischen Kultur, Alexej Vassiliewicz-Trichlebow, ein Mensch, der sich für die Wiederbelebung dieser großartigen Kultur einsetzt. Mittlerweile haben sich viele archäologische und geschichtliche Beweise angesammelt, die uns sagen, dass die gesamte heutige Geschichtsschreibung erlogen ist. Die offizielle Geschichte hält keiner Logik und keiner Prüfung stand. Und Alexej Vassiliewicz wird uns heute Fragen beantworten in Bezug auf unsere Kultur und aus Sicht unserer Kultur. Ich übergebe das Wort nun an Alexej Vassiliewicz-Trichlebow. Guten Tag, ist das in Ordnung, wenn ich dieses Treffen im Sitzen durchführen werde? Könnt ihr mich von da hinten sehen? Das Treffen heute wird folgendermaßen ablaufen. Im Internet auf unserer Webseite wurden mehrere Themen vorgeschlagen und zu diesen Themen konnten interessierte Menschen Fragen stellen. Diese Fragen wird Alexej Vassiliewicz heute beantworten. Wenn jemand aus dem Publikum eine zusätzliche Frage stellen möchte, so kann er diese auf einen Notizzettel schreiben und nach vorne weitergeben. Oder er kann die Frage direkt von seinem Platz ausstellen. Über das Internet wurden viele Fragen gestellt. Ich habe mir die aus meiner Sicht wichtigsten Fragen herausgesucht und schlage vor, dass wir zuerst mit diesen Fragen anfangen und dann gehen wir zu den Fragen aus dem Publikum über. Seid ihr einverstanden? Folgende Frage. Warum wird man von Unglück verfolgt? Der Fragesteller hat sich wahrscheinlich mit den Veden noch nicht beschäftigt. Im Grunde genommen sind im Leben eines Menschen alle Lektionen durch die Ergehen muss bereits vorbestimmt. Und viele Menschen fassen eben diese Lektionen, diese schwierigen Momente in ihrem Leben als Unglück auf. Das ist unsere Aufgabe in uns göttliche Eigenschaften zu entwickeln. Wenn wir bestimmte Lektionen im Leben lernen, dann entwickeln wir entweder göttliche Eigenschaften oder dämonische Eigenschaften. Beides gehört zu unserer Entwicklung dazu. Unsere Aufgabe ist es, in uns diese Fähigkeiten zu aktivieren, sie miteinander zu vereinbaren und imstande zu sein, diese zu kontrollieren. Wissen alle, was das Sphärenzentrum ist? Nein? Das ist ein sehr wichtiger Punkt in unserer Kultur. Lasst uns genauer darauf eingehen. Ist es notwendig, zu erklären, was das Ich ist? Wer bin ich? Hat sich jeder von euch schon mal diese Frage gestellt? Kann ich ohne das Mikrofon sprechen? Könnt ihr mich so hören? Ich werde wahrscheinlich ohne das Mikrofon sprechen. Ist das so in Ordnung? Oder doch über das Mikrofon? Mikrofon? Na gut, dann eben über das Mikrofon. Ist das jetzt so in Ordnung? Dann machen wir weiter. Die erste Frage, die man sich stellen und beantworten muss, wenn man anfängt, die vedischen Schriften zu studieren, ist folgende. Wer bin ich? Wenn wir diese Frage falsch oder überhaupt nicht beantworten, was werden wir dann für einen Lebenssinn haben? Wir können natürlich versuchen, diese Frage mit Eigendünkel zu beantworten. Wir können uns mit diesem Körper identifizieren, mit der Nationalität, mit dem Geschlecht, mit dem Familienstatus. Aber ihr seid doch einverstanden, dass das alles Etiketten sind. Wer aber bin in Wirklichkeit ich? Wenn man jetzt sagt, dass man ein Mensch ist, dann ist es das Gleiche, wenn man sagt, dass man das Auto ist, in welches man einsteigt. Das wäre doch irrsinnig. Denn ich kann aus diesem Auto aussteigen und in ein anderes Auto wieder einsteigen. Das ist doch klar, dass ich nicht das Auto bin. Genauso verhält es sich damit, wenn ich sage, dass ich ein Mensch bin. Das Wort Mensch heißt auf Russisch «человек». Es ist ein zusammengesetztes Wort aus «чело» und «век». «чело» bedeutet «Leib» bzw. «Körper» und «век» bedeutet «Jahrhundert». Also Körper, der für ein Jahrhundert zur Verfügung gestellt wird. Genauso wie diese Kleidung für einen bestimmten Zeitraum zur Verfügung steht. Und so wurde mir dieser Körper für einen bestimmten Zeitraum gegeben. Bin ich dann also dieser Körper? Wenn wir sagen, dass ich dieser Körper bin, dann ist das genauso ein Irrsinn wie mit dem Auto. Denn ich kann diesen Körper verlassen und in einen anderen Körper hineingehen. Ich kann diesen Körper verlassen und ihn von der Seite betrachten. Wer hat die Erfahrung gemacht, dass er seinen Körper im Schlaf verlassen hat und von der Seite betrachtet hat? Hebt mal die Arme hoch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Viele trauen sich wahrscheinlich nicht. Nahe wenigstens haben jetzt auch die Wissenschaftler offiziell zugegeben, dass der Mensch außer diesem physischen Körper auch noch mindestens einen feinstofflichen Körper hat. Sie haben diesen feinstofflichen Körper Liptonkörper genannt. Das ist der Körper, der nach dem Tod eines Menschen für einige Zeit übrig bleibt und manchmal von einigen Menschen als Geist oder Gespenst wahrgenommen wird. In unserer Kultur gibt es die sieben Matryoshkas. Das sind die sieben Körper eines Menschen. Und jeden diesen Körper nutzen wir dazu, um Erkenntnis über einen bestimmten Bereich dieser Welt zu sammeln. Mit Hilfe des physischen Körpers sammeln wir die Erfahrung in der materiellen Welt. Mit Hilfe des astralen Körpers sammeln wir Erfahrung in der astralen Welt, der Welt der Emotionen und Träume. Die nächste Matryoshka erweitert nochmal den Wirkungsradius unserer Erkenntnis. Ihr wisst doch bestimmt, dass man mit Hilfe des menschlichen Körpers nur diese materielle, sichtbare Welt wahrnehmen kann. Ihr seid doch alle zur Schule gegangen und wisst, dass der Mensch über fünf Sinne verfügt. Hören, riechen, sehen, schmecken und tasten. Mit Hilfe dieser fünf Sinne sammeln wir Erfahrung in der materiellen Welt. Haben wir denn andere Sinnesorgane, um diese Welt zu erfahren? Diese fünf Sinne gestatten uns, diese materielle Welt zu erfahren. Wenn wir genau hinsehen, dann ist der Geruchssinn beim Menschen ziemlich primitiv. Bei einem Hund ist der Geruchssinn wesentlich besser entwickelt. Der Tastsinn ist primitiv, der Geschmacksinn ist ebenfalls primitiv. Das Gehör nimmt Schallwellen nur in einem sehr eingeschränkten Frequenzbereich wahr. Das Sehen erlaubt es uns ebenfalls nur ein schmales Lichtspektrum wahrzunehmen. Wir sehen kein Infrarotlicht, keine radioaktiven Strahlen, keine ultravioletten Strahlen, kein polarisiertes Licht und so weiter. Das heißt, dass der Mensch, der denkt, dass er mit Hilfe dieser fünf Sinne unsere Welt komplett wahrnehmen kann, der ist einfach naiv. Er hat wahrscheinlich in der Schule naturwissenschaftliche Fächer auf dem Stundenplan gehabt, aber er hat nichts gelernt. Ist es jetzt allen verständlich, dass es nicht möglich ist, diese Welt im vollen Umfang nur mit Hilfe dieser fünf Sinne wahrzunehmen? Oder muss ich noch etwas genauer erklären? Oder ist das verständlich? Der Mensch verfügt über ganz andere, wesentlich mächtigere Instrumente, um diese Welt zu erfahren. Ob und in welchem Umfang der Mensch diese Instrumente nutzen kann, hängt ganz individuell von der Evolutionsentwicklung jedes Einzelnen ab. Und genau hier versucht die technokratische Zivilisation, uns in unserer Entwicklung zu hindern. Anstatt dass wir in uns gewisse Fähigkeiten entfalten können, werden uns Prothesen untergeschoben. Beispielsweise anstatt dass wir in uns Hellsichtigkeit entwickeln, wird uns das Internet und das Fernsehen untergeschoben. Anstatt zu lernen, telepathisch miteinander zu kommunizieren, wird uns das Telefon untergeschoben. Anstatt dass wir lernen, zu fliegen und uns zu teleportieren, werden uns Flugzeuge untergeschoben. Unsere Vorfahren haben dieses Weltall kolonisiert und bereist. Es gibt Technologien, wie man ein Raumschiff bauen kann. Es gibt Bücher darüber. Ihr könnt einiges davon im Internet finden. Zwar nicht alles, aber einiges gibt es dort bereits. Ihr könnt danach suchen und es lesen. Wenigstens etwas davon. Uns versucht man jedoch ständig einzutrichtern, dass unsere Vorfahren alles wilde waren und irgendwo im Wald gelebt haben. In Wirklichkeit ist es aber so, dass wir im Vergleich zu unseren Vorfahren die Wilden sind. Wir sind diejenigen, die psychisch und seelisch krank sind. Unsere Vorfahren sind wahre Götter. Sie haben dieses Weltall geschaffen. Sie haben diese Galaxie geschaffen. Sie haben diesen Planeten geschaffen. Ihre Evolution erlaubt es ihnen, solche Technologien zu nutzen. All das wird vor uns jedoch mit allen Mitteln versteckt gehalten. Deswegen haben wir vergessen, wer wir in Wirklichkeit sind. Wenn wir uns jedoch wieder daran erinnern, so werden wir wieder eine Chance haben. Ihr kennt doch diesen Grundsatz. Wer keine Vergangenheit hat, der hat keine Zukunft. Wenn wir also die Erfahrung unserer Ahnen nicht nutzen werden, so werden wir gezwungen sein, das Rad neu zu erfinden. Ihr stimmt mir doch zu, dass das dumm ist. Das Erbe der weißen Menschen auf diesem Planeten beträgt über eineinhalb Milliarden Jahre. So steht es in unseren Chroniken. Sollen wir also etwa das alles ignorieren? Ihr müsst mir doch zustimmen, dass das ein Verbrechen gegen unser Volk ist. In den Schulen und Universitäten erzählt man uns, dass unsere Geschichte nicht älter als 1000 Jahre ist. In Wirklichkeit ist sie aber wesentlich älter. Aber das ist ein Tabu. Es ist ganz einfach untersagt, darüber zu sprechen. Ihr seid doch alles lebenserfahrene Menschen hier. Ihr wisst doch, warum das alles verboten ist. Laut unserer Verfassung haben wir das Recht, so zu leben, wie es uns unsere Ahnen aufgetragen haben. Wer kann uns das verbieten? Deswegen ist es notwendig, die Erfahrung unserer Ahnen zu nutzen. Wo sind wir also stehen geblieben? Wir sind bei unserem Ich stehen geblieben. Also unsere Ahnen haben nicht nur vollumfänglich das Gehirn benutzt, sondern auch das Rückenmark. Und all die feinstofflichen Körper. Und auf alle weltanschaulichen Fragen haben uns unsere Ahnen ausführliche Antworten hinterlassen. Es gibt keine Frage, auf die uns unsere Vorfahren keine Antwort hinterlassen haben. All diese Antworten sind in den Veden enthalten, in diesen alten Büchern. Das russische Wort Wedenje zu Deutsch von etwas Kenntnis haben bedeutet Wissen, welches aus den Veden entstammte. Der rechtsschaffende, auf russisch Pravednik, besteht aus zwei Wörtern Pra und Wed und beschreibt einen Menschen, der nach den göttlichen Gesetzen lebt, die in den Veden aufgeschrieben sind. Das Wort Wedet bedeutet Wissen und das Wort Nevedet bedeutet Nichtwissen. Die Veden sind die aufgeschriebene Erfahrung unserer Ahnen. Das sind göttliche Naturgesetze. Und auf jede weltanschauliche Frage gibt es dort eine ausführliche Antwort. Es ist einfach dumm, die Erfahrung unserer Ahnen nicht zu nutzen. Studiert die Veden. Dort ist alles genau beschrieben, wer das Ich ist. Die Historiker und Wissenschaftler versuchen uns ständig zu erzählen, dass alle Philosophen in allen Zeiten versucht haben, die Frage zu beantworten, was der Sinn des Lebens ist. Und wer bin in Wirklichkeit ich? Und keiner von ihnen hat es geschafft, diese Frage zu beantworten. Das ist eine weitere Lüge. In den Veden steht ganz genau beschrieben, wer bin ich? Wofür leben wir? Und wofür sterben wir? All das ist dort ausführlich beschrieben. Warum sollen wir uns also den Kopf an solchen Fragen zerbrechen? Nutzen wir doch einfach die Erfahrung unserer Ahnen. Was kann es denn Einfacheres geben? Es gibt den Begriff Jifatma. Es ist ein lebendiges, atomares Teilchen, welches das Leben gibt. In den Veden steht geschrieben, dass es ein individuelles, selbstleuchtendes Teilchen des Allmächtigen ist, welches ihm gleich in seinen Eigenschaften ist, aber nicht in seiner Macht. Die Jifatma ist ewig, ursprünglich und glückselig. Es ist unmöglich, sie mit irgendeiner Waffe zu zerteilen, sie feucht zu machen, sie zu verbrennen, sie im Wind auszutrocknen. Sie ist ewig, ursprünglich und glückselig. In den Veden steht geschrieben, dass ihre Größe nur ein Zehntausendstel der Dicke eines Haares beträgt. In Wirklichkeit ist diese Größenangabe aber nur eine Allegorie und soll einfach nur verdeutlichen, dass sie kleiner ist als das Kleinste. Um es in der heutigen Sprache auszudrücken, unser Ich befindet sich außerhalb von Raum und Zeit. Deswegen ist unser Ich spirituelle Natur und nicht materielle Natur. Wenn die Jifatma in unsere materielle Welt kommt, dann durchläuft sie mehrere Evolutionsstufen. Die erste Evolutionsstufe ist im Reich der Mineralien. Dort lernt sie den Raum, um sich herum zu strukturieren, indem sie mit Hilfe anderer Jifatmas Mineralien baut. Zuerst werden grundlegende Elementarteilchen gebaut. Dann wird die in Anführungszeichen Mannschaft immer größer und es wird ein Atomkern gebaut. Weitere Elektronen werden angezogen, Atome werden gebaut. Es entsteht ein Molekül. Und jeder von uns hat den Weg der Entwicklung im Reich der Mineralien durchlaufen. Die Krone der Evolution im Reich der Mineralien ist der Diamant, denn der Diamant ist fast schon eine lebendige Substanz. Unter bestimmten Bedingungen ist er in der Lage zu wachsen. Dank der angesammelten Erfahrung kann die Jifatma in die nächste Evolutionsstufe übergehen. Das ist das Reich der Pflanzen. Dort lernt die Jifatma zuerst einmal einzellige Organismen zu bauen, dann lernt sie Zellen zu teilen. Nach und nach werden immer komplexere Pflanzen gebaut. Die Krone der Evolution im Reich der Pflanzen stellen die Orchideengewächse dar. Nachdem der Weg der Evolution im Reich der Pflanzen abgeschlossen wurde, geht die Jifatma ins Tierreich über. Hier werden zuerst ebenfalls die einfachsten Lebensformen gebaut. In den Veden ist dieser Evolutionsweg bis ins kleinste Detail beschrieben. Und erst nach dem Tierreich geht die Jifatma in das Reich der Menschen über. Dieses kleine Teilchen namens Jifatma hat im Laufe ihrer Evolution mit Hilfe anderer Jifatmas gelernt, den Raum um sich herum zu strukturieren, komplizierte Organismen zu bauen und ihren eigenen Mikrokosmos um sich herum zu erschaffen. Sie erfährt diese Welt nun mit Hilfe ihrer Mannschaft. Die meisten Menschen fassen ihre eigene Mannschaft jedoch als Sklaven auf und nutzen sie aus, um ihre eigennützigen, egoistischen Ziele zu erreichen. Aber der menschliche Körper besteht aus genau solchen Jifatmas wie das Ich. Man kann also sagen, dass das Ich der Kapitän auf einem Schiff ist und die anderen Jifatmas, das sind die Untergebenen. Wenn ich mich nicht um meine Untergebenen kümmere, dann werden sie früher oder später einen Aufstand organisieren und den Kapitän absetzen. Das äußert sich dann im Körper als Krankheit oder sogar als Tod. Das passiert als Resultat dessen, wenn die Mannschaft sagt, dass der Kapitän sie ausnutzt. Das ist die Ursache von Krankheiten in unserer Gesellschaft, weil es einen Aufstand auf dem Schiff gibt. Wenn wir uns aber unserer Mannschaft gegenüber wie ein richtiger Regent benehmen, wenn wir uns um sie kümmern, dann fangen sie an, uns in unserem Leben zu unterstützen. Dann verläuft unser Evolutionsprozess wesentlich produktiver, denn es ist eine Sache, wenn du versuchst, alleine etwas zu erfahren, zu studieren, und es ist eine komplett andere Sache, wenn du dabei von einer starken Mannschaft unterstützt wirst. Stellt euch einfach mal vor, aus wie vielen Jifatmas unser Körper besteht und was passiert, wenn wir auf die gesammelte Erfahrung dieser Jifatmas zurückgreifen können. Könnt ihr euch vorstellen, welchen Evolutionssprung wir dann machen werden? So erschließt sich der Sinn des Lebens. Wir kommen in diese Welt als Individuen und verlassen sie als Persönlichkeiten. Worin besteht der prinzipielle Unterschied? Beispielsweise habe ich meine eigene individuelle Lebenserfahrung, das was ich weiß, das wisst ihr nicht, und folglich könnt ihr auch nicht auf meine Erfahrung zurückgreifen. Gut, ich kann natürlich mein Wissen verbal mit euch teilen, aber ich bleibe immer noch ein Individuum. Genauso verhält es sich mit jedem von euch. Das, was jeder von euch weiß, das wissen die anderen nicht und können folglich nicht auf eure Erfahrung zurückgreifen. Nun ist es aber so, dass ich ein Teil der Natur beziehungsweise ein Teil dieser Welt bin. Und das, was ich weiß, das weiß die Natur, nicht wahr? Ich bin doch ein Teil der Natur, ein Teil dieser Welt. Genauso verhält es sich mit jedem von euch. Das, was ihr wisst, das weiß die Natur. Weil wir alle ein Teil von ihr sind. Das ist eine Tatsache. Auf Russisch heißt Natur Priroda und ist zusammengesetzt aus zwei Wörtern, dem Wort Pri, was am bedeutet, und dem Wort Rot, was Stamm bedeutet. Also das, was am Stamm ist, am Familienstamm, am Volksstamm. Der Stamm ist der, der alles geschaffen hat. Deswegen weiß der Stamm alles. Es ist das große Ganze und wir sind ein Teil davon. Und deswegen ist der Stamm eine Persönlichkeit und wir sind Individuen. Wobei man den Stamm ebenfalls als Gott oder als Allmächtigen nennen kann. Jeder kann Begriffe benutzen, die für ihn am vertrautsten sind. Und wir haben die Möglichkeit, mit dem Stamm, mit Gott, nur eine Beziehung als Individuum zu einer Persönlichkeit aufzubauen. Versteht ihr den Unterschied? Das sind zwei verschiedene, in Anführungszeichen, Gewichtsklassen. Das menschliche Leben gibt uns aber die Möglichkeit, ebenfalls zu einer Persönlichkeit zu werden und folglich mit Gott, mit dem Stamm, persönliche Wechselbeziehungen aufzubauen. Auf welche Weise geschieht das? Wir haben bereits darüber gesprochen, dass wenn unsere Mannschaft ihre Erfahrung mit uns teilt, wie wir unsere Erfahrung mit der Natur teilen, dann können wir diese Erfahrung nutzen und dann werden wir zu einer, wenn auch kleinen, aber dennoch zu einer Persönlichkeit. Und dann können wir persönliche Wechselbeziehungen aufbauen. Das ist der Sinn des Lebens. Das ist der Grund, warum wir in diese Welt gekommen sind. Dabei gibt es eine wichtige Feinheit. Auf welche Weise geschieht das alles? Welche Lektionen müssen wir durchlaufen? In den Veden steht geschrieben, dass es in unserer Welt zwei Arten von Wesen gibt. Die einen sind göttliche Natur, die andere sind dämonische Natur. Man kann sagen wie Yang und Yin Energie, wie Plus und Minus, wie Tag und Nacht, wie Gegensätzlichkeiten. Was ist der prinzipielle Unterschied zwischen göttlichen und dämonischen Wesen? Ein göttliches Wesen nimmt diese Welt folgendermaßen wahr. Es gibt das Ich und es gibt das Nicht-Ich, also andere Jifatmas. Und ich werde zu dem, was nicht Ich ist. Ich habe also andere Jifatmas in meinem Körper, die nicht Ich sind. Und wenn es mir gelingt, eine gesunde Beziehung zu diesen Jifatmas aufzubauen, so kann ich ihre gesamte Erfahrung nutzen, denn ihre Erfahrung wird zu meiner Erfahrung. Es gibt also das Ich, es gibt das Nicht-Ich. Und ich werde zu dem, was nicht Ich ist. Ich werde zu einer Persönlichkeit. Ist das verständlich? Oder noch nicht ganz? Ich werde zum großen Ganzen für meine Jifatmas. Ich werde in der Lage sein, ihre Erfahrung zu nutzen. Es gibt das Ich. Es gibt das, was nicht Ich ist. Und ich werde zu dem, was nicht Ich ist. Wenn ich mich beispielsweise um meine Familie kümmere, dann werde ich zu dieser Familie. Alles, was der Familie gehört, gehört mir und ich gehöre der Familie. Ich bin nun zu einem Ganzen mit der Familie geworden. Es gibt das Ich. Es gibt meinen Familienstamm. Wenn ich Verantwortung für meinen Familienstamm übernehme, dann werde ich zu einem Teil dieses Organismus. Es gab zuerst das Ich und dann wurde ich ein Ganzes mit dem Familienstamm. Und ich kann die gesamte Kraft, die gesamte Macht des Familienstammes nutzen, weil nun Ich und der Stamm dasselbe ist. Die Interessen des Stammes sind auch meine Interessen. Nochmal. Es gibt das Ich. Es gibt meinen Familienstamm. Und wenn ich Verantwortung für meinen Familienstamm übernehme, dann werde ich eins mit dem Stamm. Und die gesamte Macht des Stammes steht mir zur Verfügung, weil ich eins mit dem Stamm bin. Man kann aber noch weitergehen, wenn man die Verantwortung nicht nur für seine Familie, nicht nur für seinen Familienstamm übernimmt, sondern auch für seinen Volk stamm. Dann werde ich eins mit dem Volk. Wenn die Probleme des eigenen Volkes auch meine Probleme sind und ich anfangen werde, diese Probleme zu lösen, dann kann ich die gesamte Kraft und Macht des Volkes nutzen. Dann bedeutet das, dass alles, was dem Volk gehört, gehört auch mir und ich gehöre dem Volk. Wenn ich die Verantwortung für das Volk trage, dann kann ich dieses Volk regieren. Verantwortung spielt hier die Schlüsselrolle. Wenn wir in uns göttliche Eigenschaften entwickeln wollen, dann müssen wir lernen, Verantwortung zu übernehmen. Ist das ungefähr verständlich? Ein dämonisches Wesen nimmt die Welt komplett anders wahr. Es gibt das Ich. Es gibt das Nicht-Ich. Und das, was nicht Ich ist, das wird Ich. Es gibt Menschen, die ganz egal, über wie viel Reichtum sie bereits verfügen. Es ihnen immer noch zu wenig ist. Sie wollen immer mehr. Als Resultat solch einer Evolution entsteht ein schwarzes Loch, welches alles in sich hineinsaugt. Oder sozusagen alles archiviert. Auf diese Weise wird die kausale Materie bzw. Ursachenmaterie geschaffen. In den Weden werden die Schiffatmas mit den Bienen verglichen. Wenn ein neues Universum entsteht, dann zerstreuen sich die Schiffatmas in alle Richtungen, um Erfahrung zu sammeln, genau wie die Bienen auf die Wiesen hinausfliegen, um dort den Nektar zu sammeln. Diese gesammelte Erfahrung wird in einem in Anführungszeichen gemeinsamen Topf gesammelt, genau wie den Nektar bei den Bienen. Und diese Erfahrung wird dann kausale Materie genannt. Im Christentum wird diese Materie als Staub bezeichnet, aus dem alles besteht. Auf Russisch heißt dieser Staub Brach. Daher auch das Wort Rachovat, also etwas auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Denn diese kausale Materie enthält die Erfahrung aus dieser Welt sowohl der Dämonen als auch der Götter. Wenn dieses Universum nach einer für den menschlichen Verstand unendlich erscheinenden Zeitdauer zusammenklappt, dann wird diese gesamte Erfahrung verarbeitet. Und wenn dann ein neues Universum entsteht, dann nehmen die aus fliegenden Schiffatmas einen Tropfen dieser verarbeiteten Erfahrung mit. In eine jetzt noch vollkommenere Welt, um sich weiter zu entwickeln. In diesem Tropfen ist die Information des gesamten Ozeans enthalten. Die gesamte Erfahrung sowohl der Götter als auch der Dämonen. Dieser Tropfen heißt Or. Wenn Sie an die Wörter in der russischen Sprache denken, die die Wurzel Or haben, dann wird sich ihnen die Herkunft dieser Wörter schnell erschließen. Beispielsweise Archiv, Archivieren, Arech zu deutsch Nuss, Korra zu deutsch Rinde, Ornament zu deutsch Verzierung. Es gibt viele solcher Wörter. Nehmt euch irgendein Wörterbuch zu Hand und schaut dort nach den Wörtern mit der Wurzel Or. Man kann sagen, dass die Wurzel Or für Verdichtung steht und die umgekehrte Wurzel Ro für Entdichtung oder Öffnung steht. Rastok zu deutsch Spross, Rasti zu deutsch Wachsen. Spielt mal mit diesen Wörtern und ihr werdet die Bedeutung verstehen. Die Dämonen archivieren die gesamte Information und Erfahrung und dadurch wird die kausale Materie geschaffen. In dieser Materie ist die Erfahrung sowohl von göttlichen als auch von dämonischen Wesen enthalten. Es ist so, als wenn wir die gesamte Information von unserem Computer komprimieren und auf einen Speicherstick kopieren würden. Und jeder von uns hat, bildlich gesprochen, solch einen Speicherstick in sich. Das ist das Ohr. Und unsere Aufgabe ist es, diese Fähigkeiten in uns zu entpacken. Ihr wisst doch, dass Serafim Sarowski über sich selbst gesagt hat, dass er der sündigste Mensch auf der Welt ist. Studiert mal das Leben der Heiligen. Warum sagte er das über sich selbst? Weil bei ihm dieses Ohr wesentlich weiter geöffnet war, als bei einem durchschnittlichen Menschen. Und wie wir bereits wissen, entfalten sich aus dem Ohr sowohl göttliche als auch dämonische Eigenschaften. Deswegen müssen Menschen, die eine erhabene Evolutionsstufe erreichen, sich in die Wüste oder in die Berge begeben, also in einer möglichst menschenleeren Gegend und dort bildlich gesprochen auf einem Stein sitzend 24 Stunden am Tag meditieren, um diese entfesselten, kolossalen Kräfte zu bändigen. Die Dämonen sind sehr mächtige Wesen. Ihr seid euch wahrscheinlich bewusst, dass in jedem von uns diese Kräfte vorhanden sind. Nicht umsonst denkt ihr manchmal, woher kommen diese unreinen Gedanken in mir? Nicht wahr? Woher kommen diese Gedanken? Und wenn man es uns einfach von klein auf erklärt hätte, dass in uns sich einfach das Ohr öffnet und unsere Aufgabe ist es, diese Kräfte zu bändigen, dann würden wir mit einer ganz anderen Einstellung an unseren Charaktereigenschaften arbeiten. Stattdessen verfallen wir in Selbstgeißelung, weil wir uns nicht erklären können, woher diese unreinen Gedanken kommen. Würde unsere Gesellschaft das verstehen, so würden die Menschen einander unterstützen, beim Lernprozess diese Kräfte zu bändigen und zu kontrollieren. Wie sollen wir denn sonst göttliche Eigenschaften in uns entwickeln? Gibt es eine andere Variante? Denkt mal nach. Gibt es eine andere Variante, aus uns göttliche Wesen zu machen, als die Entfaltung, die Bändigung und die Kontrolle aller göttlicher und dämonischer Kräfte in uns? Wenn wir diese Erfahrung nicht machen, dann werden wir uns nicht zu vollkommenen Wesen entwickeln können. Versteht ihr jetzt, woher diese dämonischen Kräfte kommen, die in uns enthalten sind und wofür sie da sind? Dafür ist das menschliche Leben bestimmt. Auf Sanskrit heißt diese Welt, in der wir leben, Mrityloka. Übersetzt bedeutet das die Welt des Todes oder die Welt des Leidens. Kennt ihr die Erläuterung des Wortes Leid? Auf Russisch heißt Leid Stradanie. Es ist zusammengesetzt aus drei Wörtern Sto, Ra und Davanie. Sto bedeutet hundert, Ra ist das ursprüngliche Licht des Schöpfers und Davanie bedeutet geben. Das hundertmalige Geben von Erleuchtung. Ihr kennt doch das Sprichwort aus dem Christentum, dass das Leid zur Erleuchtung führt. Nur wenn jemand durch große Herausforderungen in seinem Leben gegangen ist, kann wahrlich zur Erleuchtung kommen. Wenn die Menschen nur unter bequemen paradiesischen Gewächshausbedingungen leben würden, dann würden sie sich komplett entspannen, den ganzen Tag herumliegen und gegen die Decke spucken. Nicht wahr? Deswegen brauchen wir in unserem Leben Anreize, um uns weiterzuentwickeln. Wisst ihr, was die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Anreiz ist? Auf Griechisch heißt Anreiz Stimul und bedeutet Schlagstock. Wenn wir stimuliert werden, dann müssen wir uns bewegen und wir wollen oder nicht. Diese Welt ist herrlich. Wie können wir dann davon sprechen, dass wir von Unglück verfolgt werden? Das war doch die Frage zu Anfang. Warum wird man von Unglück verfolgt? Es ist komplett umgekehrt. Das ist gut so, denn so wissen wir, dass wir uns in der Schule des Lebens befinden, wo wir bestimmte Lektionen gelehrt bekommen. Zu seiner Zeit, als ich mich mit dem Christentum beschäftigt habe, bin ich eines Tages in eine Kirche gegangen und habe dort energetisch mit einer Ikone gearbeitet. Ich stehe dort also vor einer Ikone und nicht weit von mir steht ebenfalls eine alte Frau vor einer anderen Ikone und spricht flüsterleise etwas vor sich hin. Und im Gegensatz zum ursprünglichen Christentum ist es im heutigen Christentum so, dass die heutigen Christen in ihren Gebeten ständig rumheulen. Dies ist schlecht, das ist schlecht, jenes ist schlecht, Gott hilf mir hier, hilf mir dort, gib mir dieses oder jenes und so weiter. Die alte Frau plaudert da also irgendetwas vor sich hin und ich denke mir, dass sie ebenfalls rumheult. Doch dann höre ich etwas genauer hin. Lieber Gott, warum hast du mich verlassen? Warum geschieht mir nichts? Dieses Jahr habe ich eine gute Ernte gehabt. Meine Enkelkinder kommen mich besuchen. Keines der Hühner ist gestorben. Warum hast du mich verlassen? Ich war richtig überrascht. Die alte Dame hatte es aber wirklich drauf. Warum sagte sie so etwas? Weil sie genau wusste, dass ohne Herausforderungen, ohne Leid der Mensch sich nicht entwickeln kann. Sie befürchtete also, aus der Schule des Lebens ausgeschlossen worden zu sein. Sie hat es wirklich nicht mehr weit bis zum Status eines Heiligen, sage ich euch. Deswegen macht es auch keinen Sinn, die Welt zu beschuldigen, denn das ist die Schule des Lebens. Diese Welt ist wunderbar und beeindruckend. Diese Welt wurde für uns geschaffen, damit wir hier unsere Bewährungsproben bestehen können. Und diese alte Frau versteht, wofür unsere Welt da ist. Nur diejenigen fassen schwierige Zeitabschnitte in ihrem Leben als Unglück auf, die nicht verstehen, dass das alles Prüfungen sind in ihrem Leben. Prüfungen, für die die Menschen passende Lösungen finden müssen, um geistig reifer und erwachsener zu werden. Wie würden wir uns denn entwickeln, wenn es keine Herausforderungen gäbe? Stellt euch vor, wenn jetzt der Tag des Svaroks beginnt, oder auf Sanskrit heißt es Satya-Yuga, zu Deutsch das goldene Zeitalter, und die Menschen werden in der Lage sein, Gedanken zu lesen, dann wird es keine Lügen mehr geben, nicht wahr? Die Welt wird perfekt sein. Und wie werdet ihr dann lernen können? Wie werdet ihr euch verbessern können? Denkt mal drüber nach. Wenn wir lernen werden, Gedanken zu lesen, dann werden paradiesische Zustände eintreten. Und wie soll man sich unter solchen Bedingungen entwickeln? Wenn sich bei euch das Sphärenzentrum öffnet und euch unreine Gedanken hochkommen, dann wird das für alle anderen sichtbar sein. Alle werden auf euch mit dem Finger zeigen und sagen, seht her, bei ihm öffnet sich das Sphärenzentrum. Na dann lass uns das doch mal klären bei dir. Die Menschen werden einander helfen wollen, denn alle lieben sich jetzt gegenseitig und sind ehrlich zueinander. Freut euch, dass wir jetzt in der Nacht des Svaroks leben. Auf Sanskrit heißt diese Zeit Kali-Yuga oder zu deutsch das dunkle Zeitalter. Die Mehrheit der Götter beneidet uns darum, dass wir uns jetzt in diesem menschlichen Körper befinden. Sie beneiden uns, weil wir in dieser Zeit die Möglichkeit haben, einen enormen Evolutionssprung zu machen. Sie würden ja gerne inkarnieren, aber wir gebären einfach keine Kinder. Wisst ihr, wie groß der Anteil weißer Menschen an der Gesamtbevölkerung des Planeten vor 100 Jahren war? 20 Prozent. Und was glaubt ihr, wie groß dieser Anteil heute ist? Weniger als drei. Genau gesagt 2,7. Wie sollen denn unsere Ahnen inkarnieren? Stellt euch vor, wie sehr sie uns beneiden. Und wir heulen ständig rum, dass es uns schlecht geht. Unser Leben ist ideal. Wir haben solche Prüfungen vor uns. Das ist ein großer Vorteil und wir müssen es wertschätzen, in dieser Zeit leben zu können. Wir müssen Lösungen für unsere heutigen Probleme finden und diese Lösungen umsetzen. Wenn sich bei uns also das Sphärenzentrum öffnet, dann müssen wir lernen, diese Energie zu bändigen und zu kontrollieren. Wie können wir das machen? Nun, hier ist es notwendig, auf die Erfahrung unserer Ahnen zurückzugreifen. Wenn ihr aus dem heutigen Treffen das folgende Prinzip für euch mitnehmt, dann wird sich euer Leben schlagartig verändern. Ihr müsst folgende Sache verstehen. Was ist Eigendünkel bzw. Einbildung und was ist Vernünftigkeit bzw. gesunder Menschenverstand? Wenn ihr den Unterschied zwischen diesen beiden Sachen lernt, wird sich euer Leben umgehend verändern. Das ist sozusagen der Grundstein, auf dem alles andere aufbaut. Denn ohne Vernünftigkeit kann es keine Evolution geben. Lasst uns zuerst einmal herausfinden, was Eigendünkel ist. Woraus setzt sich der Eigendünkel zusammen? Wir haben eine bestimmte Information irgendwann vielleicht im Kindergarten, in der Schule, an der Universität, aus dem Fernsehen oder aus der Zeitung bekommen, vielleicht von Freunden oder Bekannten und aus diesem Informationsstrom bildet sich beim Menschen eine bestimmte Meinung über die eine oder andere Frage. Und weil wir alle unterschiedliche Informationsquellen im Laufe unseres Lebens hatten, wir haben andere Bücher gelesen als unsere Mitmenschen, wir sind auf unterschiedliche Schulen gegangen, wir haben ganz andere Menschen getroffen, so hat sich bei uns eine Meinung gebildet und bei einem anderen Menschen eine andere Meinung. Und jeder versucht seinen eigenen Standpunkt zu vertreten und zu verteidigen. Das nennt man in der heutigen Gesellschaft Meinungsvielfalt. Und es wird uns ständig gesagt, dass Meinungsvielfalt etwas Wundervolles ist. Das versucht man uns doch immer einzutrichtern. Wohin kann uns das führen? Können wir denn Erkenntnis über die Wahrhaftigkeit erlangen, wenn wir ständig nur unseren eigenen Standpunkt vertreten? In den Veden steht geschrieben, dass wenn ein Mensch bei seiner Orientierung im Leben nur Eigendünkel benutzt in Hinsicht darauf, wie er richtig leben, wie er richtig handeln muss, dann wird er niemals Erkenntnis über die Wahrhaftigkeit erlangen. Zumal wenn man bedenkt, dass alle Informationsquellen, die ich aufgezählt habe, regelmäßig starker Zensur unterworfen waren. Aus keiner der offiziellen Informationsquellen werden wir jemals die Wahrheit erfahren. Muss ich euch das erklären oder wisst ihr das alles selber? Weder in den Schulen noch in den Universitäten hat man uns jemals die Wahrheit gesagt. Wie kann man sich also auf diese Informationsquellen stützen? Kann ein Mensch in so einem Fall zur Wahrhaftigkeit gelangen? Ist es möglich? Nein, das ist nicht möglich. Nehmen wir an, dass derjenige, der in diesem Zensurapparat die Führungsrolle inne hatte, über die richtige Information verfügte, so kann laut den Veden auch er nicht zur Wahrhaftigkeit gelangen. Warum? Wir haben bereits darüber gesprochen. Weil der Mensch in erster Linie seinen Geist, seinen Verstand und seinen Intellekt benutzt, um sich in dieser Welt zu orientieren. Der Geist bekommt die Information von den fünf Sinnesorganen, der Verstand analysiert diese Information und das Intellekt ist die Ansammlung gemachter Schlussfolgerungen im Leben eines Menschen. Der Geist, der Verstand und das Intellekt hängen also von diesen fünf Sinnen ab und wir wissen, dass sie primitiv sind. Wenn wir uns auf diese fünf Sinnesorgane beschränken, dann werden wir niemals zur Wahrhaftigkeit gelangen. Ist das verständlich? In den Veden steht geschrieben, dass der Geist eines Menschen sein bester Freund ist, wenn der Mensch diese materielle Welt erfährt. Sobald der Mensch jedoch seinen Erkenntnisforizont über diese materielle Welt hinaus erweitern möchte, wird der Geist sein schlimmster Feind. Ist es verständlich, warum das so ist? Weil er nicht dafür bestimmt ist. Es ist das gleiche, wie wenn man mit einem Hammer ein Feld pflügen würde. Der Hammer ist nicht dafür bestimmt. Jede Tätigkeit erfordert den Einsatz eines für sie geschaffenen Instrumentes. Der Geist ist das Instrument für die Erkenntnis über diese materielle Welt. Die Wahrhaftigkeit beschränkt sich aber nicht auf diese materielle Welt. Wenn wir uns der Wahrhaftigkeit nähern möchten, so brauchen wir andere Sinnesorgane. In den russischen Volksmärchen gibt es eine Hauptfigur namens Ivan Durak. In der deutschen Sprache gibt es keinen Begriff mit einer vergleichbaren Ursprungsbedeutung. Deswegen wird das Wort Durak unübersetzt belassen. Heute wird in Russland das Wort Durak umgangssprachlich vergleichbar mit dem Wort Dummkopf benutzt. Die Ursprungsbedeutung des Wortes Durak hat jedoch nichts gemeinsam mit der Bedeutung des Wortes Dummkopf. Das Wort wurde im Laufe der Zeit zweckentfremdet. Wisst ihr, was das Wort Durak bedeutet? Die Wurzel Ura bedeutet Erleuchtung. Aus einem der Lexikone habe ich entnommen, dass Durak ein Mensch ist, der seinen Geist nicht benutzt. Er verfügt zwar über einen Geist, aber er benutzt diesen nicht. Das ist ein sehr primitives Instrument für die Erkenntnis dieser Welt. Deswegen ist auch in den russischen Märchen die Figur Ivan Durak in seiner Evolutionsentwicklung wesentlich weiter als seine klugen Brüder. In dem Märchen über Ivan Durak bekommt Ivan und seine Brüder unter anderem die Aufgabe gestellt, gehe dorthin, weiß nicht wohin, finde das, weiß nicht was. Die klugen Brüder von Ivan werden nicht fertig mit dieser Aufgabe. Ivan jedoch meistert diese Aufgabe, weil er auf einer ganz anderen Ebene denkt als seine Brüder. Daher auch der Spruch, dass man Russland mit dem Geiste nicht verstehen kann. Russland ist das Land der Duraks. Diesen Spruch habt ihr doch sicherlich schon mal gehört. Russland ist das Land der Erleuchteten. Ein Durak ist kein Dummkopf. Ein Durak ist in Wirklichkeit ein Erleuchteter. Vertieft euch in die Bedeutung der Wörter in der russischen Sprache. Dort ist alles selbsterklärend. Deshalb kann ein Mensch, der sich bei der Erkenntnis dieser Welt nur auf seine fünf Sinne beschränkt, niemals zur Wahrhaftigkeit gelangen. Ist es verständlich, was Eigendünkel ist? Oder ist noch etwas unklar? Denn das ist eine sehr wichtige Sache. Wenn noch etwas unklar ist, dann hebt die Hand und stellt eure Fragen. Das ist wahrscheinlich das wichtigste Thema von unserem Treffen heute. Haben alle verstanden, was Eigendünkel ist? Also keine Fragen. Jetzt lasst uns klären, was Vernünftigkeit ist. Unsere Vorfahren haben gesagt, dass Vernünftigkeit sich auf drei grundlegende Säulen stützt bei der Erkenntnis der Wahrhaftigkeit. Die erste Säule ist die Meinung von einem kompetenten Menschen. Ihr stimmt doch mit mir überein, dass man für jede Frage einen fachkundigen, erfahrenen, kompetenten Menschen finden kann. Damit meine ich nicht irgendwelche Scharlatane oder Hochstapler. Nein, ich meine einen richtigen Fachmann. Es gibt sie doch auf jedem Fachgebiet und für jede Frage. Wenn wir beispielsweise lernen möchten zu malen, dann gehen wir in die Lehre bei einem guten Maler. Wenn wir lernen möchten, Musik zu machen, dann gehen wir zu einem guten Musiker. Wenn wir lernen möchten, wie man Menschen operiert, dann gehen wir zu einem guten Chirurgen in die Lehre. Wenn wir lernen möchten, Schuhe zu machen, dann gehen wir in die Lehre zu einem guten Schuhmacher und so weiter. Das ist der beste Weg, um etwas richtig zu lernen. Seid ihr damit einverstanden? Die Meinung eines kompetenten Fachmanns ist der beste Weg, um einen Teil der Erkenntnis über diese Welt zu gewinnen. So steht es auch in den Wäden geschrieben. Deswegen ist die Meinung eines kompetenten Menschen die erste Säule. Wenn ihr also eine Frage klären wollt und beim Beantworten dieser Frage keinen Fehler machen wollt, so sucht euch dafür einen fachkundigen, kompetenten Menschen. Bei sehr wichtigen Fragen könnt ihr auch mehrere Meinungen einholen und sie miteinander vergleichen. Die zweite Säule der Erkenntnis der Wahrhaftigkeit ist die Erfahrung unserer Ahnen. Warum muss es unbedingt die Erfahrung unserer Ahnen sein und nicht die Erfahrung fremder Ahnen? Nun, in den Wäden steht geschrieben, man kann es folgendermaßen vergleichen. Im Körper eines Menschen gibt es verschiedene Organe wie Herz, Leber, Lunge, Niere, Milz und so weiter, die alle ihre eigene Funktion ausüben. Jedes dieser Organe führt eine wichtige und lebensnotwendige Funktion im Organismus aus. Dabei kann man nicht sagen, dass ein Organ wichtiger als das andere ist. Es ist notwendig, dass sie alle funktionieren, damit der Körper gesund bleibt. Genau so verhält es sich mit unserem Universum. Unser Universum ist mit unzähligen Lebewesen bevölkert und jede dieser Lebewesenarten hat ihre eigene Bestimmung und ihre eigene Funktion. Mit den unterschiedlichen Rassen auf unserem Planeten verhält es sich genauso. Jede Rasse hat ihre Bestimmung und ihre Funktion, um in das Universum eine bestimmte Art von Energie abzusondern, welche wiederum wichtig für das Leben unseres Universums ist. Wobei sie alle wichtig sind. Wenn wir nun anfangen, die Erfahrung fremder Ahnen zu nutzen, beispielsweise irgendwelcher Eingeborene aus dem Pazifikraum, wird uns das irgendwie einen Nutzen bringen? Das wäre das gleiche, wie wenn das Herz sagen würde, ich werde jetzt die Erfahrung der Wirbelsäule nutzen. Wer wird dann davon profitieren? Die Wirbelsäule? Das Herz? Vielleicht der Körper? Wer also profitiert davon? In den Veden steht geschrieben, es ist wichtiger, seine eigene Pflicht zu erfüllen, wenn auch schlecht, als eine fremde Pflicht auf eine hervorragende Weise. Wenn also mein Herz anfängt, die Pflicht der Wirbelsäule zu erfüllen, wenn auch hervorragend, dann werde ich einfach verrecken. Der Körper wird das nicht aushalten. Wer wird dann die Funktion des Herzens ausüben? Ist es verständlich, warum es notwendig ist, die Erfahrung seiner eigenen Ahnen zu nutzen und nicht der Ahnen fremder Rassen und Völker? Es gibt Drüsen im Körper eines Menschen, die bestimmte Sekrete in den Körper einspeisen. Sie sondern genauso viele Hormone aus, wie der Körper es gerade braucht. Und genauso ist es mit den menschlichen Rassen. Sie sondern in das Universum genauso viele vollkommene Seelen aus, wie notwendig ist. So viele, wie für das Leben des Universums benötigt werden. Jetzt stellt euch vor, wir werden fremde Erfahrung nutzen. Welche Fermente werden wir dann ins Weltall aussondern? Die falschen natürlich. Ist es notwendig, weitere Beweise anzuführen, warum man die Erfahrung seiner eigenen Ahnen nutzen muss? Wir haben bereits darüber gesprochen, dass wenn wir die Erfahrung unserer Ahnen nicht nutzen werden, dann werden wir die gleichen Fehler begehen wie sie. Das ist doch allen verständlich. Das ist äußerst dumm, die Erfahrung seiner Ahnen nicht zu nutzen. Deswegen ist die zweite Säule bei der Erkenntnis der Wahrhaftigkeit die Erfahrung der eigenen Ahnen. Auf welche Weise ihr diese Erfahrung erlangen werdet, ist zweitrangig. Ihr könnt unmittelbar die Veden lesen oder ihr könnt alte Volksmärchen oder Sagen studieren. Vielleicht sind sogar einige von euch in der Lage, die Information direkt aus der Akasha-Chronik zu lesen. Dort ist alles in der ursprünglichen Form enthalten. Es ist unwichtig, auf welche Weise ihr das macht. Wichtig ist, dass ihr das macht. Habt ihr eine wichtige oder weltanschauliche Frage, dann könnt ihr nachsehen, was haben unsere Ahnen dazu gesagt. Wie soll man sich im gegebenen Fall verhalten? Das ist also die zweite Säule bei der Erkenntnis der Wahrhaftigkeit. Soweit verständlich. Die dritte Säule ist die eigene Erfahrung. Wie heißt es so schön, solange ich es nicht selbst ausprobiere, werde ich nicht daran glauben. Wenn ihr also mit einer bestimmten Fragestellung konfrontiert werdet, dann müsst ihr die Erkenntnis aus dieser Frage über eure eigene Erfahrung erlangen. Andererseits wird eure Meinung lediglich auf blindem Glauben oder Nichtglauben beruhen. Und das bezeichnet man als Fanatismus. In so einem Fall wird es leicht sein, euch zu betrügen. Die Vernünftigkeit basiert also auf diesen drei Säulen, die die Erkenntnis über die Wahrhaftigkeit auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Wenn man aufgrund aller drei Säulen zu irgendeiner Frage sagen kann, dass die Antwort so ist, dann ist es so. Wenn alle drei Säulen sagen, dass die Antwort nicht so ist, dann ist sie eben nicht so. Wenn die Schlussfolgerung aufgrund wenigstens einer Säule den anderen Schlussfolgerungen widerspricht, dann sind Zweifel angebracht. Und dann muss man noch mehr hinterfragen. Vernünftigkeit bedeutet also, das Bringen von Antworten aus diesen drei Säulen auf einen gemeinsamen Nenner. In den Veden steht geschrieben, dass es unmöglich ist, den Menschen zu betrügen oder zu belügen, der Fragen bei der Erkenntnis der Wahrhaftigkeit gewissenhaft mit Hilfe dieser drei Säulen beantwortet. Ist es jetzt verständlich, was Vernünftigkeit ist? Zurzeit durchlaufen wir alle genau die Lektion in unserem Leben. Ihr wisst doch, dass heutzutage in unserer Gesellschaft alles auf Lügen basiert. Wir werden von allen Seiten belogen. Die haben sogar uns beigebracht zu lügen. Wir lügen und sind uns dessen überhaupt nicht bewusst. Ihr trefft beispielsweise einen Bekannten auf der Straße und beide sagen sich, hallo, was bin ich froh, dich zu sehen. Aber in Wirklichkeit denkt sich jeder, würde ich dich doch für tausend Jahre nicht mehr antreffen, nicht wahr? Wir lügen und sind uns dessen überhaupt nicht bewusst. Alles basiert auf Lügen. Wenn jemand das Christentum studiert hat, dann wisst ihr, was Christus sagte. Er sagte, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Deswegen wurde er gekreuzigt, weil er genau aufgezeigt hatte, von wem all die Lügen kamen. Ist das verständlich? Ihr stimmt doch mit mir überein, dass man unsere Gesellschaft mit Lügen manipuliert und lenkt. Lest, was die Dämonen in ihren Büchern schreiben. Wenn wir einmal lügen werden, dann wird man uns der Lüge bezichtigen. Wenn wir aber immer lügen werden, dann wird man uns glauben. Ihr kennt doch diesen Mechanismus. In dieser Zeit lernen wir die Lektion, wie man Lügen widerstehen kann. Und welche Waffe ist die beste gegen Lügen? Die Vernünftigkeit ist die beste Waffe gegen Lügen. Könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn auf einmal alle Menschen anfangen werden, Vernünftigkeit in ihrem Leben zu praktizieren? Man sagt, dass das Volk genau die Führung bekommen hat, die es verdient hat. Wenn die Menschen in einer Lüge leben wollen, dann werden sie von Lügnern regiert, nicht wahr? Wenn die Menschen aber anfangen werden, Vernünftigkeit zu praktizieren, was wird dann passieren? Alles wird sich umgehend ändern. Wenn ihr anfangt, Vernünftigkeit zu praktizieren, werdet ihr sofort begreifen, was dazu nötig ist, um eine gesunde Gesellschaftsordnung mit Selbstorganisation wiederherzustellen. Unsere Vorfahren haben uns aufgetragen, unsere Gesellschaft nach der ursprünglichen Form aufzubauen. In den Schulen und Universitäten hat man uns aber ständig gesagt, dass das altmodisch sei und ein Relikt aus der Steinzeit wäre. Bei dieser Gesellschaftsordnung müssten wir wieder in den Höhlen leben und mit einer Axt durch die Gegend laufen, nicht wahr? Das ist wieder eine Lüge. Das Wort ursprüngliche Gesellschaftsordnung bedeutet, so zu leben, wie es von Anfang an gedacht worden war, wie unsere Ahnen gelebt haben. Die ursprüngliche Gesellschaftsform ist die Stammesordnung. Was ist die Stammesordnung? Auf Russisch heißt Stamm, Simia und bedeutet die sieben Ich. Das bin ich, mein Vater, mein Großvater, mein Urgroßvater, mein Sohn, mein Enkel, mein Urenkel. Das ist eine starke Familie, wenn alle Generationen zusammenleben. Nicht im selben Haus natürlich, aber relativ nahe beieinander. Heute sind die Familien zerstört. Wir haben noch nicht einmal die Möglichkeit, zusammenzuleben. Versucht mal in einer kleinen Wohnung mehrere Generationen unter einem Dach zu bekommen. Ist es möglich? Wo soll man denn so eine große Wohnung finden? Die Menschen werden absichtlich in die Städte getrieben, damit sie keine Möglichkeit haben, in einer richtigen Familie zu leben. Die Familie wird absichtlich zerstört, weil es die Grundlage für die Existenz eines Volkes oder eines Landes ist. Wenn die Familie vernichtet wird, so wird auch ein Volk und somit auch das Land vernichtet. Ist die Familie stark, so ist auch das Volk und folglich auch das Land stark. Ist die Familie vernichtet, wird es auch kein Volk geben. Ist das verständlich? Wie kann man einen kalten Krieg gewinnen? Man muss einfach die Familien im Land des Gegners zerstören. Wenn aber die Familien stark sind, dann bekommen sie viele Kinder und Enkelkinder. Diese Kinder müssen verheiratet werden. Ein guter Familienoberhaupt sucht dann für seine Kinder passende Ehepartner mit guten Genen. Familienoberhäupter treffen sich und sagen, pass auf, lass uns unsere Kinder verheiraten. Und beide Familien vereinigen sich. Das nennt man einen Stamm. Auf Russisch heißt so ein Stamm Plämia, daher auch das Wort Plämianik, zu Deutsch Geschwisterkind. Es ist wesentlich einfacher, in einem Stamm zu überleben. Eine größere Anzahl von Menschen kann wesentlich leichter die Umwelt um sich herum ordnen. Ein Stamm wird der Eigner des Landes, auf dem er lebt und welches er bewirtschaftet. Weil nach unserer Tradition verwandtschaftliches Heiraten absolut verboten ist, werden die Ehepartner für junge Menschen unter den Mitgliedern anderer Stämme gesucht. Wenn sich mehrere Stämme vereinigen, dann nennt sich das Rot oder Rodici. Wenn wir in Stämmen leben, dann haben Ausländer keine Möglichkeit, unsere Gesellschaft zu infiltrieren und an ihr zu parasitieren. Ist das ein Ausweg für unsere Probleme? Genau deswegen ist es uns heute verboten, über die Stammesordnung zu sprechen. Das wird als Extremismus bezeichnet. Alles Russische unterliegt einem Verbot. Bei den Deutschen ist es das Gleiche. Alles Deutsche unterliegt ebenfalls einem Verbot. Nicht wahr? Aber laut unserer Gesetzesordnung haben wir das Recht, so zu leben, wie unsere Vorfahren gelebt haben. Im Kaukasus leben die Menschen heute immer noch in Stämmen. Und das ist richtig so. Ich bin mit beiden Händen dafür. Ich möchte, dass auch wir in einer Stammesordnung leben, wie es andere Völker tun. Wir haben genauso ein Anricht darauf wie die anderen. Lasst uns also ebenfalls eine ursprüngliche Gesellschaftsordnung aufbauen. Soll mal das Jugendamt bei den Kaukasiern vorbeischauen, um ihnen zu befehlen, wie sie ihre Kinder zu erziehen haben oder ihnen ihre Kinder wegzunehmen. Wisst ihr, was dann passieren wird? Die Kaukasier wissen genau, wie in so einer Situation zu verfahren ist. Bei uns ist jedoch die Stammesordnung zerstört und deswegen machen sie mit uns, was sie wollen. Ist es verständlich, was die ursprüngliche Gesellschaftsordnung bzw. die Stammesordnung ist? Können wir ohne diese weiterhin existieren? Ich habe euch bereits Zahlen genannt. Vor 100 Jahren stellten die weißen Menschen 20% der Weltbevölkerung dar und heute sind es weniger als drei, weil die Grundlage unserer Kultur vernichtet ist. Die ursprüngliche Gesellschaftsordnung, die Stammesordnung ist vernichtet. Folglich zerfällt auch das Volk und unsere Rasse. Haben wir andere Möglichkeiten, um zu überleben? Was meint ihr? In nur 100 Jahren so dermaßen zu schrumpfen. Noch einige Jahre und wir werden komplett verschwinden. Lasst uns endlich Vernünftigkeit praktizieren, dann werden wir unser Volk, unsere Rasse wiederherstellen. Die Lösung ist einfach und die Menschen werden nicht mehr solche Fragen stellen, warum wir von Unglück verfolgt werden. Dann wird sich alles auf natürliche Weise ordnen. Haben wir diese Frage geklärt?